Einen wundervollen Samstag guten Morgen aus Saalbach-Hinterklemm im Jänner 2023. Wir haben die besten Pistenverhältnisse. Es ist wolkenlos, blauer Himmel. Und hier sieht man jetzt den Kohlmeis, das ist einer unserer Hausberge. Schaut euch das an. Das ist wirklich ein Paradies und eines der schönsten Skigebiete weltweit. Der Bernd Kogel gehört nach dem Kohlmeis auch zu unseren Hausbergen. Von unseren Ferienwohnungen zu Fuß, zu den Skiliefsten, sind es circa fünf Minuten. Unsere Ferienwohnungen liegen zentrumsnahe. Einkaufsgeschäfte, Gasthäuser sind nur wenige Minuten zu Fuß erreichbar. Wir haben perfekte Skiverhältnisse, Pistenverhältnisse. Die Kostischen Gestein Diese Verkaufsgeschäfte, Pistenverhältnisse. Die Kostischen Gewöhnung ist aber das Schimke-Kunzel. Einamer-Volge und Neues-Modeln. Einamer-Volge und Neues-Modeln. Das ist wirklich eine ganze Zeit. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020